Max, ein Internettechniker, wurde zu einem Apartment gerufen, um einen neuen Anschluss zu installieren. Die Bewohnerin, Frau Schmidt, war eine ältere Dame, die sich nicht viel aus Technologie machte. Während der Installation fand Max eine alte, vergessene Spielkonsole hinter dem Fernseher. Frau Schmidt erinnerte sich, dass es einst ihrem Enkel gehörte, aber sie hatte keine Ahnung, wie es funktioniert. Max, ein begeisterter Gamer, schlug vor, es nach der Installation kurz zu testen. Zu ihrer Überraschung war Frau Schmidt ein Naturtalent und besiegte Max in mehreren Spielen. Begeistert von dieser neuen Entdeckung, fragte sie Max nach Tipps, um beim nächsten Besuch ihren Enkel herauszufordern. Max verließ das Apartment mit einem Lächeln, beeindruckt von Frau Schmidts verstecktem Talent. Diese unerwartete Wendung machte den Routinebesuch zu einem unvergischlichen Erlebnis. Frau Schmidt, nun begeistert von der alten Spielkonsole, sah der Zukunft mit mehr Technikoptimismus entgegen.